Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video Minecraft. Wie baut man sich was? Heute ist eine Rüstung dran. Als erstes tötet man Kühe, dann kriegt man Leder. Das erste Rüstungsteil ist eigentlich ein Helm. Hier, da haben wir es schon. So. Dann das zweite Rüstungsteil ist dieser Körper. Da haben wir einen Körper. Das dritte Rüstungsteil ist die Hose. Und das vierte ist einfach nur zwei übereinander. Ne, nebeneinander geht jetzt nicht, aber übereinander. Also, ihr wisst, wie ich das meine. So, die Beine. Wie ich euch in meinem letzten Video schon, glaube ich, informiert habe, dass ich... Ja, ihr wisst jetzt zumindest, wie ein Kuchen geht. Ja. Ach, und dann kann ich euch direkt nochmal zeigen, wie man sich Fackeln baut. Das dauert ja nicht lange. Äh, oh, da fällt mir auf... Ach, da sind Stickys. Okay, und dann kann ich euch noch zeigen, wie man... Lasst euch einfach überraschen. So, als erstes Fackeln zu bauen, braucht man... Einfach nur Kohle und... Ja, Stickys, halt. Und Bone Mehl. Das könnt ihr auch wissen. Einfach nur Knochen rein. Kriegst du Bone Mehl. Ach ja, und Brot. Einfach... Ja, da rein nebeneinander kriegst du ein Brot. Ja, und da habe ich noch drei Papier, weil ich mir jetzt Bücher, weil ihr wisst, wie das geht. Na, habe ich euch ja schon gezeigt. So, was kann man sich denn noch bauen? Ach, und... Man kann sich auch noch... Farbe brennen, indem man... Kaktus... Ich glaube, ihr könnt das jetzt besser sehen, dass es Kaktus ist. Hoffe ich. Von der Kohle... reinwerfen. Was passiert? Kriegt er Kaktus. Warten, warten, warten. Und schon habt ihr Kaktus. Also... Farbe. Dann zeige ich euch jetzt mal, was man damit machen kann. So. Da kann man auf jeden Fall... Hier seht ihr die Farbe. Die macht man dann hier unten in der Ecke. Da, dann weiße Wolle. Ist gut, dass ihr weiß nehmt, ich weiß nicht, ob das auch mit Farbe hier klappt. Nein, es klappt nicht. Dann macht ihr auf jeden Fall weiße Wolle. Und was passiert? Ihr kriegt... Light Green Wolle, also... Light Grüne Wolle. Also, Grüne Wolle. Was soll ich denn euch denn noch zeigen? Ja, also... Werkzeuge gehen so. Zum Beispiel jetzt Schwert, das kann man noch mit Stein machen. Ich hab grad keins dabei. Den Schwert. Oder wenn man das dann noch so macht... Dann kriegt ihr... Pick-Axt. Und wenn du so machst... Kriegst du... Axt. Also Axt. Und wenn du das wegnimmst, dann kriegst du nur... Hau. Nimm ich mal. Brauch ich je noch. Ja. Und dann... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Ende.